Hallo Leute! Ich will euch ja nicht neidisch machen, aber das hier ist mein See und ich geh gleich schwimmen. Ah, wie schön. Das passt alles warm, unglaublich warm. Echt. Tierisch geil. Die Sonne brennt, es sind 26 Grad. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Da wo ich bis jetzt gewohnt habe, da waren es glaube ich 17 Grad heute. Und es hat den ganzen Tag geregnet. Bestimmt auch schon. Für die diesmal. So, und tschüss. Ich will euch ja nicht neidisch machen. ... ... ... Vielen Dank.